Willkommen im November. Für mich ist der November schon immer fast der Abschluss des Jahres. Aber ich möchte jetzt einfach noch mal die Möglichkeit nutzen, über ein Thema sprechen oder ein Thema aufgreifen, was in der Vergangenheit schon extrem viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und ich glaube, dass auch in den Jahren noch viel mehr Aufmerksamkeit bekommen wird, was aber auch eine absolute Berechtigung hat. Wir müssen das Thema jetzt noch mal ein bisschen aufschweifender erklären. Und es geht einfach darum, es geht um ein spezielles Rig und es geht einfach um das Spinner Rig. Es geht nicht um das Spinner Rig im Gesamten, sondern es geht um die einzelnen Einsatzbereiche des Spinner Rigs. Ich bin jemand, der schon sehr, sehr lange in seiner Angelei dieses Rig benutzt und das hat aus verschiedenen Gründen. Also erstens, es ist halt ein super effektives Pop-Up Rig. Damit hat es damals bei mir auch angefangen, wahrscheinlich wie bei den meisten. Ich habe damals angefangen, die Pop-Ups mit einem 4, mit einem 6er Haken zu kombinieren. Das hat einfach den riesigen Vorteil, ich kann halt ein Pop-Up ganz normal in einer ED-Montage oder in einer Safety-Clip-Montage werfen. Ich habe den Pop-Up wirklich sehr, sehr knapp über dem Boden stehen, aufgrund, dass der Haken nur quasi gesehen das bisschen Auftrieb generiert. Das heißt also, es kommt der Pop-Up, der Haken und dann liegt das Vorfahrt schon im Grund. Das ist halt wirklich sehr, sehr rundnah. Es ist sehr, sehr unauffällig eigentlich für die Fische, aber so auffällig, dass es halt dafür diese Neugierde weg. Ich habe auch immer jetzt das Gefühl, dass ein Shot Rig in verschiedenen Situationen einfach nicht die beste Wahl ist. Es gibt Situationen, da ist vielleicht das Shot Rig dem Spinner Rig halt überlegen, aber im Allgemeinen und für das allgemeine Angeln, das spricht halt hinter Kraut, hinter irgendwelchen Bänken, wo es halt einfach extrem schwer ist, das Shot Rig zu präsentieren. Ich meine, so Shot Rig muss man halt auch immer Slack-Line angeln, das kann man beim Spinner Rig halt nicht, weil beim Spinner Rig ist halt einfach zuerst in der Regel das Blei, ab wenn es am Safety-Clip ist und dann kommt das Rig oder halt am Heddy, da kann es dann auch Heddy-mäßig quasi gesehen einfach Slack-Line, also mit Slack-Line kombinieren oder halt auch mit Tight-Lines. Aber damals hat es genauso bei mir angefangen. Ich habe es wirklich sehr, sehr oft damals eingesetzt, um Single-Lockbait damit Fische anzuwerfen, ins auf dem Futterplatz zu präsentieren. Ich weiß auch nicht, wie viele Fische ich mit dem ganzen Rig in meiner ganzen Zeit gefangen hat. Es sind bestimmt hunderte und dieses Rig genießt bei mir eine extrem hohe Aufmerksamkeit, gerade im Bereich Frühjahr, Sommer oder halt im Winter, wenn es halt darum geht, sag ich mal, einzelne Tische mit sehr, sehr kleinen Pfeilen halt waren zu drücken. Irgendwann ging es halt immer weiter und ich habe zum Beispiel von sehr, sehr vielen Leuten gesehen, dass sie das Rig halt auch zum Beispiel in Kombination mit Bodenködern, Snowman, Warfland oder sonst irgendwas eingesetzt haben. Das habe ich jahrelang nicht gemacht, weil ich sehr, sehr viele jahrelang auf der Pool die Kombi-Rig gesetzt habe. Aber irgendwann habe ich ja gemerkt, dass es halt wirklich einfach ist, wenn ein Spinner-Rig halt alles zu kombinieren. Die neueste Variante in meinem Repertoire ist tatsächlich das Spinner-Rig mit einem Longshank zu angeln. Und ich habe der riesen Vorteil halt von einem Longshank und einem Spinner-Rig zusammen ist, der Longshank ist der aggressivste Haken in der gesamten Border Range, wenn es darum geht, einen Fisch zu haken. Der Haken der am schnellsten Haken. Es gibt keinen Haken, der mehr Fische hakt, als dieser Haken. Es hat ein paar Vorteile, also es hat ein paar Gründe. Es ist natürlich erstens der lange Schenkel vom Longshank und die sehr, sehr gerade Spitze, die sehr, sehr gerade lange Spitze. Das in Kombination mit dem schwereren Punkt am Spinner-Rig ist halt extrem gut, um schnelle, viele Bisse zu bekommen, um die Fische schnell zu haken und dann halt auch sicher zu lernen. Natürlich muss man dann immer ein bisschen was kombinieren mit der Länge. Ich werde da auch immer so ein bisschen Abstriche machen, ich glaube, ich gehe immer später ein auf die Länge. Erstmal so auf die grundsätzliche Präsentation. Da bin ich halt der Meinung, wie gesagt, man kann super mit Pop-Ups angeln, man kann das jetzt aber auf, so wie ich es jetzt aktuell mache. Ich kann das mal kurz hier zeigen. Es ist halt wirklich einfach Longshank am Spinner-Rig, die Rig-Kicker drauf und da habe ich quasi mein Snowman drauf. Man merkt einfach so, wenn man das ganze Ding jetzt halt jetzt mal zusammenfasst, dieses Spinner-Rig extrem krass darauf ausgelegt ist, einfach, also was heißt darauf ausgelegt ist, aber man kann damit halt einfach alles angeln. Es ist halt ein Rig für jegliche Angelsituation. Wenn ihr das Rig mit einem Pop-Up angelt, macht einfach ein Vierer oder ein Sechser Wide Gap drauf. Wenn ihr das Ding zum Beispiel mit einem Snowman angelt und der Sechser Wide Gap oder Vierer Wide Gap euer absoluter Favorite haken ist, könnt ihr es genauso machen, wenn ihr aber zum Beispiel sagt, hey, ich würde die ganzen Sachen mit dem Longshank auch mal gerne ausprobieren. Wenn der Berufer sagt, das hakt extrem viele Fische, probiere ich das mal, kann ich euch nur empfehlen. Bei mir funktioniert es extrem gut. Ich mache das Ganze jetzt seit zwei Monaten und ich muss sagen, also das Rig in Kombination mit dem Longshank und den entsprechenden Längen, total gut, hakt extrem gut. Und so bin ich halt jetzt wirklich einfach aufgestellt. Ich kann im Binnen von Sekunden von quasi einem Pop-Up-Rig auf den Bodengritter-Rig wechseln. Ich kann jeglichen Köder damit anbieten. Es ist so einfach, damit zu angeln. Also man merkt einfach, es ist ein sehr, sehr guter Runder und eins meiner absoluten Favorite. Und im Moment mein absoluter Favorite. Wenn man halt auf Runs angelt, versuche ich immer möglichst kurz zu angeln, weil für mich gibt es eigentlich keinen Grund, längere Vorfächer zu benutzen, weil ich stelle mir es halt immer vor, wenn die Fische halt auf den Futterplatz kommt, kein Fisch saugt aus irgendeiner großen Höhe den Köder ein, deswegen muss ich ein extrem langes Vorfach haben. Oder ein Fisch saugt den Köder ein und schwimmt damit erstmal, bevor er sich sagt, nee, der Fisch soll das Ding aufnehmen, ich habe es beim Stalken so oft schon gesehen, die Fische kommen, die nehmen den Köder ins Maul, die saugen, also die saugen nicht, die nehmen den wirklich auf, dann kommt dieser Unterdruck, der Köder wird nach hinten gesaugt und in dem Moment, wo er ein kurzes Rig hat, hakt er sich in dem Moment schon. Weil eine kleine Bewegung vom Fisch reicht schon, eine kleine Bewegung im Fischkopf reicht schon, damit der Köder bzw. der Haken seine Position findet, dann ist es halt sehr wichtig, einen sehr scharfen Haken zu haben und schon funktioniert das ganze Thema. Deswegen meine Rigs, meine Spinner-Rigs und das heißt, ich messe das immer von Noob to Noob, das heißt also vom Ende vom Rig bis zum Spinner-Rigs sind immer zwischen 9 und 11 cm lang. Das ist sehr, sehr kurz, das ist ein sehr, sehr kurzes Vorfach, aber diese Länge hat sich bei mir wirklich als extrem gut herausgestellt, sowohl bei Pop-Up-Rigs als auch wenn ich die Spinner-Rigs und Bodenköder kombiniere. Wenn ihr aber zum Beispiel in einem Schlammgewässer angelt oder ihr habt sehr, sehr weichen Untergrund, das heißt also wirklich, ihr kombiniert dieses Rig zum Beispiel mit Safety Clips und ihr merkt halt, das Blei sinkt halt ein, das heißt, ihr werft aus, ihr werft das Ding in den Clip, zieht es runter, ihr merkt, okay, zack, im Schlamm versenkt das Blei und ihr müsst dann einmal kurz ziehen, um es halt wirklich wieder freizugekommen und dann wisst ihr, okay, dann ist die Präsentation mit einem 9 cm Rig natürlich eher so, weil hier vorfach so, keine Ahnung, je nachdem wie es halt irgendwie da unten liegt, aber es sieht halt wahrscheinlich nicht so geil aus, dass man sagt, okay, das würde ich jetzt so fischen. Aber in dem Moment würde ich euch halt dann vielleicht empfehlen, entweder halt auf eine Helikopterpräsentation umzuschwenken oder aber, sag ich mal, das Rig auf über 11 cm zu verlängern, 12, 13 cm und vielleicht im Material ein bisschen weicher zu gehen, das heißt also, statt dem 25-Sips-Boom, die etwas dünnere Variante, die ein bisschen weicher ist, so habt ihr halt wieder die perfekte Präsentation, das Rig kann sich besser ablegen, macht ein bisschen mehr Putty aufs Vorfahrt drauf, auf der Mitte hier könnt ihr auch sehen. Für mich ist es dann immer nochmal so ein bisschen diese ganze Kombination aus allem, die dieses Rig halt so perfekt macht. Also wir fassen das Ganze jetzt einfach mal kurz zusammen nochmal, es ist ein absoluter Round Rig, es lässt sich mit allen Ködern kombinieren, es lässt sich mit allen Bleisystemen kombinieren, ihr könnt das vom Boot ablegen, ihr könnt es werfen, was auch ein Vorteil ist, dadurch, dass es halt immer mit steifem Materialien gebunden ist, es ist nahezu immer Verhedderungsfall, natürlich gibt es mal Situationen mit Wind oder so, bis es auch mal verheddert, muss ich euch nicht vormachen, das passiert mir auch, ähm, erhöhle ich das Ding halt irgendwie, ich sehe es halt dann im Wurf, wie es sich halt nicht wirklich trennt, ja, da muss man es halt dann nochmal einholen, das kann halt immer mal passieren, aber 90% oder 95% der Fälle kommt das Verhedderungsfall unten im Boot an. Ich habe jetzt jetzt keinen Nachteil davon gefunden, keine Ahnung, wird es da vielleicht irgendwo einen geben, aber für mich ist es so, ich habe einen Rig, das kann ich mit mehreren Hagel kombinieren, zu verschiedenen Jahreszeiten kombinieren, es ist halt wirklich ein sehr einfaches und sehr fängiges Rig.